Herzlich Willkommen zu meiner soeben neu gegründeten Reihe Videos, nach denen mich absolut niemand gefragt hat, die ich aber trotzdem mache, einfach weil ich Bock drauf hab. Intro. Das ist eure Idee für das geniale Intro? Scheißidee. Ich weiß ja nicht, ob ihr das im Verlauf dieses Channels mitbekommen habt, aber ich hab sehr oft ne Meinung. Und vor allen Dingen dann, wenn mich niemand danach gefragt hat. Und ich guck sehr gern Filme und Serien und lese gern Bücher und höre gern Hörbücher. Und da stapelt sich die Meinung. Die muss irgendwann raus. Weil außerdem interessiert mich ja auch eure Meinung zu den Filmen oder was auch immer, die ich rezensieren möchte. Vielleicht... Mann ey! Hört auf mit zu schreiben ey! Wie ich sagte, mich interessiert vor allen Dingen auch eure Meinung zu den Sachen, die ich hier rezensieren möchte. Weil vielleicht sehe ich es ja falsch. Ich lasse mich ja auch gern belehren. Und irgendwie hab ich auch sehr Lust drauf, weil ich weiß, dass ich mit der einen oder anderen Einschätzung garantiert so ein bisschen anecken werde. Weil, ich weiß nicht, ich sehe das manchmal anders als die Mehrheit. Wow! Richtig subversiv, André. Ich sehe manchmal Sachen anders als die anderen. Los geht's! Fangen wir an mit Banshees of Innesherin. Kurz zum Inhalt. Es geht eigentlich um zwei Freunde, die auf einer, ja, recht verlassenen Insel an der Westküste Irlands leben. Und ihre Zeit damit verbracht haben, die ganze Zeit im Pub zu sitzen und Bier zu saufen. Und irgendwann beschließt der eine von den beiden Freunden, er muss was Sinnvolles mit seinem Leben anfangen. Er möchte auch was hinterlassen. Deswegen will er sein Leben dem Lieder machen und der Poesie widmen. Und will mit dem anderen nichts mehr zu tun haben und kündigt ihm einfach von einem Tag auf den nächsten die Freundschaft. Und dann entwickelt sich das so ein bisschen und wird immer stressiger und immer krasser. Und ich hab das Gefühl gehabt, der Film ist so ein klassisches Hype-Beispiel. Ich hab von dem Film gehört, hab dann auf IMDb geguckt und dann stand schon so 8,3 oder so. Boah, ultra krasser Film. Und dann guck ich ihn und denk mir so, also er war jetzt nicht super schlecht, aber von Warten auf Godot 2.0 sind wir meilenweit entfernt. Also erzähl's mir, ist er gut, ist er nicht gut? Ich mag diese Tristesse und ich mag auch Irland. Colin Farrell spielt seinen dümmlichen Typen wahnsinnig gut. Die Schwester von ihm, ich kenn den Namen der Schauspielerin leider nicht, auch sehr, sehr gut. Der Freund auch super. Aber so handlungsmäßig, ja, es eskaliert dann ja immer mehr. Ich möchte jetzt grad nicht spoilern, aber... Ach komm, ich spoiler. Es ist nicht ein bisschen so hart, dass sich der Freund da plötzlich anfängt, die Finger abzuschneiden, nur weil der andere mit ihm redet? Ich fand's einfach nur übertrieben, dass sich ein Typ die Finger abschneidet und dem anderen gegen die Tür wirft. Mich holt das jetzt nicht so ab. Also da fand ich eher die Geschichte der Schwester toll, die sich irgendwie nachher von dieser ganzen Inselwelt da emanzipiert hat und dann aufs Festland gegangen ist. Warum das nicht weiterging? Stattdessen zündet der eine das Haus das anderen an und dann treffen sie sich am Beach und ja, es ist ein bisschen Warten auf Godot-esk, aber esk. Ich weiß nicht, wenn ich's bewerten müsste, würde ich sagen sieben von zehn. Und es ist nicht mal schlecht, weil ich setz hoch an. Zweiter Film, Triangle of Sadness. Ja, der Titel sagt's eigentlich, es ist ein bisschen sad, was da abging. Ich fand's wahnsinnig krass, wie viele Leute mir gesagt haben, boah, André, du musst den Film gucken, das ist ein absolutes Meisterwerk, sowas von... Ja, dann hab ich ihn geguckt und dachte mir so, das Meisterwerk daran ist, dass ihr es durchbekommen habt, mit so wenig Handlung so eine Star-Power ranzukriegen, wirklich. Ich möchte es überhaupt nicht bashen, so, es ist ein okayer Film, man kann den gucken, aber es ist eine Geschichte über überprivilegierte Leute, die auf einer Kreuzfahrt sind. Mittendrin wird alles vollgekotzt, dann landen die alle auf einer Insel, ich weiß nicht. Den einzigen Turn, den ich daran gut finde, ist, dass die eine, die Putzfrau, die dann quasi irgendwann das Zepter übernimmt auf der Insel, auf einmal ihre Felle schwimmen sieht, als sie das nächste Hotel entdecken. Meisterwerk, also eher hab ich ein Problem damit, dass wir ein bisschen inflationär mit dem Begriff des Meisterwerks um uns werfen, oder? Und jetzt ist der Film für irgendwie zig Oscars nominiert, was ich auch total okay finde, aber mir geht's so ein bisschen wie Ende 2021 mit Liquorice Pizza, wo auch alle meinten, boah, das ist das absolute Meisterwerk, der Film wird nur Oscars bekommen, ultra krass. Ja, und dann schaut man ihn und denkt sich so, ja, der ist niedlich, aber ist definierbar, da fehlt eine ganze Menge. Und genau so geht's mir bei Triangle of Sadness. Es ist eine schöne Studie von überprivilegierten Reichen, und statt sich über irgendwelche Arme lustig zu machen, macht man sich halt über die Reichen lustig. Ja, aber mehr als diese Folklore ist es dann auch irgendwie nicht. Würde ich auch sagen, lieb gemeinte 7 von 10. The Menu. Reiche Menschen in einem Nobelrestaurant. Erkennen wir ein Schema? Ich fand die Idee ganz witzig, weil ich letztes Jahr mal eine Doku über das bestbewertetste Restaurant der Welt in Kopenhagen gesehen habe. Und so dachte von wegen, ja, das stelle ich mir schon krass vor. Und vor allen Dingen, was da für Leute kommen. Aber wenn solche Leute kommen wie bei The Menu oder bei Triangle of Sadness, dann habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Aber dann verstehe ich auch wieder die Intention des Films. Nämlich einfach zu zeigen, da ist so ein Koch, der sich eigentlich wahnsinnig Mühe gibt. Und dann kommen immer noch Vollidioten in sein Restaurant, die das überhaupt nicht appreciaten können. Und irgendwann tickt er halt aus und macht sie zum Menü, um es mal nicht allzu sehr zu spoilern. Ich weiß nicht so richtig, was es für ein Film ist. Ich glaube, ich habe ihn geguckt, weil ich dachte, es ist ein Horrorfilm. Und ich würde nicht sagen, es ist ein Horrorfilm, aber es ist irgendwie so, es geht dahin. Und weird ist er auf jeden Fall. Ich weiß es nicht. Also ich glaube, man kann ihn auch einfach ganz gut nicht schauen. Aber wenn man ihn mal geschaut hat, ist es ganz nett. Ich würde jetzt sagen, es ist eine 6 von 10. Wow, es ist alles negativ hier. Ich meine es nicht so negativ, okay? Ich bin, wenn mir was gefällt, finde ich es mega geil. Dann übertreibe ich. Aber wenn es mich nicht komplett umhaut, dann bin ich immer so, ja, weiß ich auch nicht. Weiter geht's. The Fablemans. Ich weiß nicht so ganz genau, inwieweit das jetzt eine exakte Biografie von Steven Spielberg ist. Aber es soll ja schon irgendwie so das Leben von Steven Spielberg darstellen. Ja, ich finde, er braucht eine ganze Weile, ehe losgeht der Film. Dann geht es meistens halt darum, um einen Jungen, der gern Filme macht und auch viel Mühe und Tricksereien und so Spielereien in seine Filme einbaut. Und damit quasi immer besser wird und quasi so technische Hindernisse überwindet, indem er sich halt geile Sachen ausdenkt. Das ist schon echt alles ganz niedlich. Und dann gibt es zwei richtig tolle Themen in dem Film. Nämlich einmal den Antisemitismus im Amerika der 50er. Und die Geschichte darüber, wie der kleine Steven, oder wie auch immer er in dem Film jetzt heißt, mit der heimlichen Liebschaft seiner Mutter mit dem besten Freund seines Vaters umgeht. Und wie er es rausfindet. Das ist echt richtig toll gemacht. Darüber hinaus fehlt mir so ein bisschen, bisschen ein großer Bogen, den man vielleicht auch nicht voraussetzen kann, weil es ja so eine Art biografischer Film ist. Aber ich fand es dann ein bisschen weird, dass so zwischendrin dann mal so zwei Erwachsene auftauchen, die ihm so ihre Lebensweisheit aufdrängen. Und es mag auch okay sein, weil ihm diese Lebensweisheiten für sein persönliches Weiterkommen sicherlich total viel gebracht haben. Im Film wirkt es aber so ein bisschen daherkonstruiert. Und dann endet der Film plötzlich. Und ist ein ganz netter Film. Auch schön traurig an den richtigen Stellen. Aber mir fehlt halt so ein Bogen. Ich weiß es nicht, mir wurde immer von allen Verlagen und Lektoren, die ich zu tun hatte, immer gesagt, es muss einen Bogen geben. Die Figur muss irgendwo anfangen, dann muss irgendwas passieren und dann muss sie an einem anderen Punkt enden. Und dazwischendrin muss sie irgendwie gewachsen sein oder halt zerschmettert worden sein. Und das ist vielleicht so durch diese Lebensweisheiten zwischendurch. Aber so richtig krass wird es nicht. Wovor ich wahnsinnig Respekt habe, ist eher, dass so Leute schon in ihrem Kindesalter wissen, was sie mal später werden wollen. Weil ich hatte das überhaupt nicht. Ich wusste nie, was ich werden soll. Ich wusste immer nur von wegen, ich möchte lang ausschlafen können und so wenig wie möglich für möglichst viel Geld machen. Und wahrscheinlich muss ich mich dann irgendwo in den beiden Extremen einfinden. Aber dass so Leute wissen von wegen, krass, ich will von Anfang an nur Filme machen. Filme machen, Filme machen, Filme machen. Davor habe ich Respekt und insofern natürlich auch vor der Intention des Films. Aber dafür, dass Steven Spielberg so ein krasser Filmemacher ist und so wahnsinnig krasse Filme gemacht hat, die ich liebe, fand ich es bei seinem eigenen Film über sich selbst, bin ich ein kleines bisschen enttäuscht. Nicht schlimm, aber so ein kleines bisschen. Sieben von zehn. Auf Glass Onion hatte ich mich eigentlich sehr, sehr gefreut, weil ich den ersten Teil Knives Out sehr, sehr lustig fand. Und vor allen Dingen es geil fand, dass Daniel Craig nach James Bond jetzt so eine neue Rolle gefunden hat. Nämlich als dieser quirky Detective. Detective echt gut. Leider ist halt der zweite Film so ein bisschen mau. Es geht mal wieder um reiche Leute, die von irgendeinem noch reicheren Typen auf eine Insel eingeladen werden. Und eigentlich will er ja nur ein True-Crime-Spiel mit sich selbst spielen, wo er seinen eigenen Tod inszeniert. Und dann kommt halt ein echter Fall dabei raus. Das ist eigentlich eine nette Idee, aber mir hat schon nicht gefallen, wie Edward Norton aussieht. Weil ich glaube, Edward Norton musste sich nicht mal mehr viel verstellen, um diese Figur, dieses irren, zugebotoxen, superreichen zu spielen. Was mir echt ein bisschen leid hat. Und genau so geht es bei den anderen Figuren. Es sind einfach so reiche Karikaturen, die, glaube ich, gar keine Karikaturen sein sollen. Und das finde ich halt so irre. Das gefällt mir persönlich überhaupt nicht. Das macht es für mich direkt so anstrengend, das zu gucken. Weil wenn ich diese komischen gezogenen Gesichter die ganze Zeit sehe, weiß nicht, denke ich eher von wegen, Guck mal, wie falsch ihr abgebogen seid. Und der Fall an sich ist jetzt auch so, hm, ja, ziemlich dahin konstruiert. Kommt bei weitem nicht an den ersten Teil ran. Was schade ist, weil ich glaube, da wurde viel mehr Geld drin versenkt in dem zweiten Teil als im ersten. Aber das ist ja jetzt auch nicht mein Problem. Also, den muss man sich wirklich nicht angucken. Dafür, dass komplett Berlin zugeflastert war, mit Plakaten von diesem Film, wird man, glaube ich, nicht so zufrieden sein über die Reaktion. Also, fünf von zehn. Und auch auf Aftersun, oder heißt es Aftersun, hatte ich mich eigentlich echt gefreut, weil ich viel Gutes über den Film gehört hatte. Und auch den Schauspieler sehr, sehr mochte, seit ich Normal People geguckt hatte. Eine sehr, sehr gute Serie übrigens. Normal People. Mit der Schauspielerin von der Gesang der Flusskrebse. Auch sehr, sehr guter Film. Hatte ich mich sehr, sehr darauf gefreut, auf den Film. Ich war dann doch leider ziemlich enttäuscht, weil... Was ich bei Normal People zum Beispiel toll fand, dass eigentlich gar nicht so wahnsinnig viel passiert. Und wenn etwas passiert, passiert es sehr langsam und so niederschwellig. Und es mit wahnsinnig guter Musik unterlegt. Passt sehr, sehr gut, sehr, sehr atmosphärisch. Zumindest das ist bei Aftersun, klappt da auch ziemlich gut. Aber es ist mir dann doch ein bisschen zu wenig Handlung. Weil eigentlich geht es nur um einen Vater, der irgendwie relativ frisch aus einer Trennung kommt. Und mit seiner Tochter einen Urlaub, so einen Hotelurlaub in der Türkei macht. Und er hat eigentlich nicht so viel Geld. Und man merkt auch so im Laufe der Zeit, der hat eigentlich auch so ganz viele persönliche Probleme. Und hat viel zu struggeln mit sich. Und die Tochter macht so ihre ersten Erfahrungen mit anderen Jugendlichen. Mit so ein bisschen sich näher kommen mit dem anderen Geschlecht und so. Und es ist alles von der Idee her echt ganz gut. Aber am Ende passiert halt doch nicht sehr viel. Und dass es dann ein Rückblick sein soll von ihr auf diese Zeit, das hat mir leider wirklich nicht viel gegeben. Also außer, dass man halt merkt, ja, der Vater hat halt versucht, alles für seine Tochter zu geben. Und hat das auch irgendwie gemacht. Aber dann wird immer diese Nacht da in dem Club so herausgestellt. Und ich verstehe gar nicht, warum. Also vielleicht habe ich die Hälfte nicht mitbekommen. Er leuchtet mich. Vielleicht habe ich irgendwas nicht verstanden. Aber tatsächlich nicht so geil, wie was man aus dem Ding hätte machen können. Mir fehlt da noch so ein bisschen das letzte Quäntchen Drama. Ich will so wissen, ja, aber warum erzählst du mir das? Was hat dich denn da mit, warum, warum genau das? Warum erinnerst du dich so krass an diesen Urlaub? Was ist denn passiert? Vielleicht hat das schon gereicht. Weiß ich nicht. Möchte ich mich auch nicht festlegen auf so eine Wertung jetzt. Weil ich komme mir vor, als ob ich eh alles scheiße bewerte. Ich würde auch sagen, 6 von 10. 7, machen wir 7. 6,5, 6,8. So, seid ihr auch schon so richtig schön deprimiert, weil alles, was ich bisher vorgestellt habe, irgendwie nur so mittel war? Da habe ich was für euch. Nämlich Encendie. Er heißt auf Deutsch, glaube ich, die Frau, die singt. Und ich sage es gleich, 8 von 10. Ist ein richtig, richtig guter Film. Ich habe ihn ewig nicht geschaut, weil ich immer Angst davor hatte, dass er vielleicht irgendwie mich enttäuschen könnte. Aber ich habe ihn geschaut. Ist ein echt guter Film. Es geht um ein Geschwisterpaar, Zwillinge, ein Mann und eine Frau, deren Mutter geflüchtet ist aus dem, ich glaube, es müsste der Libanon sein, nach Kanada. Und die Mutter stirbt irgendwann. Die hat bei einem Notar gearbeitet. Und als sie stirbt, ist die Testamentseröffnung. Und der Notar gibt den beiden Kindern jeweils einen Umschlag. Die Frau kriegt, glaube ich, den Umschlag, wo drinsteht, finde raus, wer dein Vater ist. Und der Mann kriegt den Umschlag, wo drinsteht, finde raus, wer dein Bruder ist. Und der Bruder, äh, der Mann will sich damit nicht beschäftigen, weil er meint, seine Mutter ist eine Wahnsinnige gewesen. Und die Tochter möchte es doch rausfinden. Und die fährt dann in den Libanon und sucht dort nach ihrem Vater. Und irgendwann findet sie raus, wer er ist. Und dann überzeugt sie den Bruder, dass er auch mitkommt. Und dann finden sie es raus. Und was sie rausfinden, ist ultra krass. Also echt wow. Ich finde einerseits toll an dem Film, dass man einerseits so was Geschichtliches mitbekommt, wie quasi christliche Fundamentalisten gegen muslimische Fundamentalisten gekämpft haben. Und die Mutter irgendwo dazwischen war. Und zweitens, dass halt aufgearbeitet wird, indem die Tochter quasi sucht nach ihrem Vater und nach ihrem Bruder. Und das ist echt ein guter Film. Also ich finde ihn auch ein kleines bisschen zu lang, aber jetzt wirklich nicht schlimm lang. Krasser Film. Kann ich nur empfehlen. Un cent dix. Oh Gott, sehr Dank habe ich endlich mal was Positives gesagt. Wow. Thema Bücher. Ich habe noch gar nicht so viele Bücher gelesen dieses Jahr. Tatsächlich nur drei oder zwei. Aber die, die ich gerade lese, sind halt auch alle ein bisschen lang. Bis hierhin habe ich auf jeden Fall gelesen. Alte Sorten von Ewald Ahrens. Das Buch hat mir die Comedy-Kollegin, Comedy-Kollegin, Komedien, Lara Ermer empfohlen. Und sie meinte, es ist ein sehr, sehr gutes Buch und auch das Beste von Ewald Ahrens, weil er es schafft, ein junges Mädchen tatsächlich glaubhaft darzustellen und auch so, wie es eine Frau fühlen würde. Das kann ich persönlich jetzt nicht nachvollziehen, aber ich glaube es natürlich. Und ich habe das Buch gelesen und es ist wirklich ein sehr, 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 sehr schönes Buch. Wirklich gut. Es hat mir sehr gut gefallen. Es handelt von einem Mädchen, das aus einer Klinik abhaut und dann irgendwo im Fränkischen rumläuft und dann zufällig auf eine Bäuerin trifft, die gerade ihren Hänger irgendwie in den Graben gefahren hat und die hilft ihr dabei, das rauszuziehen. Und dann lädt die Bäuerin sie quasi ein, bleib doch bei mir auf dem Hof, du hast ja offensichtlich keinen Ort, wo du hin willst. Und dann bleibt die da so ein bisschen. Und das Tolle ist, dass die Bäuerin zuerst gar nicht nachfragt, was mit dem Mädchen ist und dadurch fasst das Mädchen wiederum Vertrauen und gleichzeitig erzählt die Bäuerin aber auch nichts über sich. Und es sind halt beides zwei Personen, die beide eine Geschichte haben und beide irgendwelche Probleme haben und die kommen dann so im Laufe der Zeit raus. Und man merkt dann, dass die beiden Personen eigentlich mehr miteinander gemeinsam haben, als es vielleicht erst den Anschein hat. Ich weiß nicht, ob ich spoilern soll. Vielleicht lieber nicht. Weil es ist echt krass, was dann rauskommt und sehr, sehr schön, wie damit umgegangen wird. Und auch sehr, sehr unschön, wie quasi die Umgebung der beiden Figuren mit dem umgeht, was da herauskommt. Wow, richtig mysteriöser Satz. Aber eben weil es so ist, glaube ich, dass es umso besser ist. Denn ich denke, so wäre es halt leider auch wirklich. Ja, Ewald Ahrens alte Sorten. Ich weiß nicht, kann man bei Büchern auch so 1 bis 10 Bewertungen machen? Also definitiv eine 8, mindestens, wenn nicht sogar eine 8,2 oder sowas. Und ich bin ja auch immer so ein bisschen auf der Suche nach so ein bisschen Easy Reading. Also so ein schöner Page-Turner. Jetzt aber ohne zu platt zu sein. Und da habe ich letztes Jahr mal gelesen von Dörte Hansen, Altes Land. Und das hat mir sehr gut gefallen, weil es gleichzeitig so eine Geschichte ist über den Norden und gleichzeitig so eine Geflüchtetengeschichte mit einer Frau, die aus Schlesien mit ihrer Tochter flüchtet und einfach so im Norden an einem Haus klopft und sagt, wir wohnen jetzt auch hier, ihr müsst uns aufnehmen. Echt gutes Buch. Und daraufhin habe ich jetzt auch das aktuellste Buch von Dörte Hansen gelesen. Das heißt, Zur See ist, glaube ich, seit Wochen schon auf der Spiegel-Besterliste ganz oben oder ziemlich weit oben. Und ja, selbes Spiel. Echt guter Page-Turner, kann man sehr gut lesen. Auch wenn ich jetzt, wo ich das dritte Buch von ihr lese, also ich lese gerade ihr zweites Mittagsstunde, merke, aha, da hat aber auch jemand sein, schrägstrich ihr Genre gefunden, weil die sind sich schon alle auch irgendwie ähnlich. Es geht immer irgendwie um weirde Dorffiguren und wie es früher auf dem Dorf war, wie es heute auf dem Dorf war. Und bei Zur See halt um ein Dorf an der See. Und vor allen Dingen finde ich bei den Büchern immer so toll, dass immer so gegenübergestellt wird, wie folkloristisch jetzt quasi diese ganzen Orte am Meer geworden sind. Also, dass zum Beispiel die Fischer irgendwann aufhören, Fische zu fangen, weil sie eh nichts mehr fangen, durch die ganzen EU-Regularien, durch die ganzen Kutter, die da alles sowieso abfischen. Und dann anfangen, so folkloremäßig sich irgendwelche typischen nordischen Fischerklamotten anzuziehen und dann irgendwelche Kutschfahrten unternehmen, mit denen sie plötzlich viel mehr verdienen, weil die Touristen halt so viel Geld da lassen. Und gleichzeitig mag ich auch immer dieses zugezogenen Bashing, dass halt immer von Leuten erzählt wird, die halt irgendwie sich da Häuser kaufen und dann da hinziehen und denken, boah, ja, ich finde, ich werde jetzt so ein richtig nordischer Typ. Und dann komplett an ihrer Realität scheitern, weil sie merken, sie sind da mit so einer romantisch aufgeladenen Vorstellung hingekommen. Das gefällt mir an den Büchern sehr, sehr gut. Ansonsten ist es mir manchmal so ein bisschen zu viel Exposition. Also, es ist sehr, sehr viel, sehr blumige Beschreibungen von dem, was da so abgeht und wie es so aussieht. Aber gut, da kann man dann auch mal kurz querlesen und dann ist man auch schon wieder drüber hinweg. Zum Teil braucht man es ja auch, aber manchmal ist es mir eine Seite zu viel, was den Büchern jetzt nicht schadet. Von mir aus brauchst du das nicht, aber trotzdem sehr, sehr gute Bücher. Sehr, sehr easy zu lesen. Gut, also, ja, bei Büchern tue ich mir echt zu schwer mit diesen. Sagen wir auch irgendwie so eine schöne Acht. So eine schöne Acht. Eine schöne Acht. Kommen wir zum Thema Serien. Ich habe letztens mal wieder so eine Rappel bekommen und habe angefangen, ganz viele Sachen auf Französisch zu gucken und habe mir dann auch eine französische Serie gesucht, die erstaunlicherweise echt ganz gut war. Und zwar Le Forêt, eine Krimiserie. Und ja, also wie gut kann eine Krimiserie sein, wenn es nicht The Bridge ist? Große Empfehlung. Aber die dänische Variante gucken, nicht die US-Variante oder so. Und auch nicht der Pass gucken, sondern unbedingt The Bridge. Es geht um eine Kleinstadt im Norden von Frankreich und in dieser Kleinstadt verschwindet ein Mädchen. Und gleichzeitig fangen ihre besten Freundinnen an, sich so relativ weird zu benehmen. Und im Laufe der Zeit kommt halt immer mehr über diesen Fall raus und auch, dass immer mehr Leute darin verstrickt sind. Es ist jetzt nicht das ultra krasse, cineastische Meisterwerk, aber es ist schon echt eine solide Serie. Also vor allen Dingen dafür, dass es schon nicht so viele richtig, richtig gute Krimiserien gibt, wo man schon nicht nach einer Viertelstunde weiß, wer es war, sondern am Ende tatsächlich noch überrascht wird, ist es echt ganz gut. Und ich finde vor allen Dingen toll an der Serie, dass die Serie am Ende eine Sache macht, die in ganz vielen Krimiserien immer falsch gemacht wird und mich jedes Mal abfuckt, weil es komplett unrealistisch ist. Und ich will jetzt nicht zu viel spoilern, aber der Täter begeht am Ende einen richtig, richtig dummen Fehler. Und es ist so ein Fehler, wo man davor sitzt und denkt so von wegen, Alter, so dumm kann niemand sein. Wenn ihr jetzt deshalb den Täter fangt, bin ich echt böse. Aber dann passiert genau das eben nicht. Und da war ich sehr erleichtert. Also dafür hat die Serie schon mal einen ganz großen Pluspunkt von mir. Für das letztendliche Ende, ja, hätte ich mir krasser vorgestellt, aber es tut der ganzen Serie an sich keinen Abbruch. Kann man sich angucken, Le Forêt. Gute 7,8. So, und ich weiß, ich kann keine 10 von 10 geben, weil so eine Serie gibt es nicht. Aber ich würde definitiv eine 8,8 vergeben für mein Herbstprojekt Six Feet Under. Ich habe nochmal Six Feet Under geguckt. Ich finde die Serie absolut großartig. Ich bin großer Fan davon und ich bin sehr, sehr starker Verteidiger davon, dass das Ende von Six Feet Under das beste Serienende ever ist. Und ich weiß, dass ich mir damit den Hass aller Sopranos-Ultras auf mich ziehe. Aber das ist okay. Das Sopranos-Ende ist wunderbar. Auch super für Sopranos. Aber ich glaube so an sich, das beste Ende hat Six Feet Under, weil es die Serie nochmal komplett abschließt. Und wie so eine Musiklehrerin den letzten Ton so einfängt und dann in der Faust so zusammenballt. So, das habe ich sehr, sehr poetisch ausgedrückt. Aber das ist es auch. Und ich habe gemerkt, ich habe die Serie auch so ein bisschen in meiner Erinnerung verklärt. Also die Serie hat schon ein paar Makel. Also am Ende geht sie zum Beispiel sehr, sehr schnell. Es geht dann doch ruckzuck, zack, 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 wird die Serie irgendwie zu Ende gebracht. Aber es ist okay. Trotzdem sind die Figuren halt einfach wahnsinnig toll, wahnsinnig gut gezeichnet, wahnsinnig tief gezeichnet, mit einem echt knappen Cast sehr, sehr viel Tiefe erlangt. Und vielleicht ist es einfach mein persönliches Ding, ich finde dieses Bestatter-Image kriegt mich einfach komplett. Genauso wie ich bei Sopranos dieses Gangster-Image kriege. Und die ganzen 80er-Klamotten, die Tony Soprano trägt, sind sowieso... Also Six Feet Under kann ich nach wie vor immer wieder empfehlen. Auch wenn es sie ein paar Schwächen hat. Und langsam aber sicher auch so ein bisschen aus der Zeit gerät. Weil man halt auch oft denkt von wegen, ja Leute, wenn ihr jetzt einfach ein Handy hättet, würde es zu der Situation gar nicht kommen. Aber da ich auch alt bin und die Sendung noch live gesehen habe, als sie noch im Fernsehen erstmalig ausgestrahlt wurde, ist das für mich okay. Insofern einer meiner All-Time-Favorites Six Feet Under. Es war schön, war wirklich schön, die nochmal zu gucken. So, und auch wenn das Video jetzt wahrscheinlich schon 20 Minuten geht, machen wir trotzdem nochmal Hörbücher. Denn ich höre sehr, sehr gerne Hörbücher. Vor allen Dingen, wenn die Person, die es vorliest, noch richtig, richtig gut in ihrem Job ist. Und ich habe zum Beispiel Sommer in Niendorf mir angehört, von Heinz Strunk gesprochen und natürlich auch von Heinz Strunk geschrieben. Ich persönlich bin großer Heinz Strunk-Fan. Ich mag die Bücher sehr. Auch wenn mich Sommer in Niendorf nicht so ganz gekriegt hat. Weil im Endeffekt war es für mich dann doch nur eine Geschichte von einem recht frustrierten, mittelalten Mann, der auf sein Leben nicht klarkommt, deshalb irgendwie Urlaub am Meer macht, dort weirde Bekannte kennenlernt, die niemand so toll beschreiben kann wie Heinz Strunk. Aber die irgendwie auch alle immer gleich traurig und gleich trist sind. Und ja, und irgendwie gab es gar keinen richtig großen Bogen, außer dass es dann irgendwie so ein bisschen weird eskaliert. Und ich weiß nicht, ich war... Und ich weiß nicht, ich habe es schon gern gehört, aber es hat mich überhaupt nicht so gekriegt, wie zum Beispiel Junge rettet Freund aus Teich, was ich nach wie vor das beste Buch von Heinz Strunk ever finde. Vor allen Dingen das selbst vorgelesene. Das Hörbuch ist fantastisch. Es gibt auch eine Stelle, da liest Heinz Strunk irgendwas falsch vor und beömmelt sich, dass allein das drin gelassen wurde. Ist toll. Und das Buch an sich ist klasse. Ich fand auch schon Fleisch ist mein Gemüse super. Ich habe das direkt auch nochmal danach gehört. Es kommt mittlerweile für mich nicht mehr so an das ran, wie es in meiner Erinnerung vom ersten Mal war. Genauso wie die Zunge Europas. Aber Junge rettet Freund aus Teich habe ich nochmal gehört. Und es war toll. Es war einfach... Und nicht, dass da der falsche Eindruck entsteht. Heinz Strunk ist für mich einer der besten Autoren, der es schafft, aus seinem eigenen Leben wirklich so Romane zu entwickeln. Romane, die auch wirklich eine Art Relevanz haben. Das finde ich ganz, ganz toll. Aber leider ist mir so ein bisschen die Tragik aus den ersten Büchern, also so Fleisch ist mein Gemüse, Junge rettet Freund aus Teich, Zunge Europas. Die Tragik des Aufwachsens. Und so, wo man erst später merkt, was für Traumata man mit sich rumschleppt. Oder was man eigentlich krasses erlebt hat und gar nicht so wahrgenommen hat. Das ist mir leider so ein bisschen verloren gegangen. Und zurück bleibt dann so vielleicht auch als logische Folge sowas wie bei Sommer in Niendorf. So ein recht deprimierter, mit 50er Mann, alleine am Meer. Was für eine Zusammenfassung. Und das letzte Hörbuch, was ich gehört habe, war Hologrammatika von Tom Hillenbrand. Ich glaube, das ist mal empfohlen worden bei Baywatch Berlin von Thomas Schmidt. Insofern vielen Dank dafür. Hat mich auch voll abgeholt. Es ist auch irgendwie ein Krimi und Sci-Fi und Dystopie. Aber voll gut. Voll gut zum einfachen Nebenbei hören. Man kann nicht komplett weg hören, dann versteht man es irgendwann wirklich nicht mehr. Aber für mich war es vollkommen okay. Es ist vielleicht auch ein bisschen lang am Ende, aber es passt schon. Also ich finde auch, so ein Hörbuch darf auch locker über 10 Stunden gehen. Es ist vollkommen okay für mich. Es trägt sich schon irgendwie. Es geht um einen, auch so eine Art Privatdetektiv in der Zukunft. Er nennt sich dort Questor und der bekommt einen Auftrag, dass er eine junge Frau suchen soll und mit der Zeit findet er heraus, dass diese Frau die Tochter einer sehr, sehr wohlhabenden Person ist, einer sehr, sehr, sehr wichtigen Person. Er verstrickt sich halt immer weiter in den Grund ihres Verschwindens. Ich weiß nicht, wie man das am besten besser beschreiben soll, ohne jetzt zu viel zu spoilern, aber es ist echt gut. Also ich finde vor allen Dingen, ist es am Ende ein Buch über KI. Und es hat mir einige nette Perspektiven auf KI ermöglicht, die ich so noch nie hatte. Also zum Beispiel, wie man mit einer KI umgehen könnte und sich eine KI nutzbar machen könnte, ohne sie jetzt direkt irgendwie ihr zu viel Macht zu geben. Und ob das überhaupt funktioniert. Weil wenn eine KI zum Beispiel übelst intelligent ist, dann würde sie natürlich auch einen Weg finden, selbst wenn sie nicht am Netz angeschlossen ist, also am Internet angeschlossen ist, Leute dazu zu bringen, sie irgendwann vielleicht doch anzuschließen. Versteht ihr, was ich meine? Und ja, irgendwann weiß man dann schon, was rauskommt, aber trotzdem wird es noch schön erzählt. Und ich fand auch gerade den Epilog oder im Buch heißt es, glaube ich, Coda echt nochmal schön, weil es schon ein schöner Ausblick darauf war, wie das Buch weitergehen wird. Ich glaube, es gibt einen zweiten Teil. Tom Hillenbred. Tom Hillenbred, Hologrammatiker. Kann ich nur empfehlen. Danke, Thomas Schmidt. Der übrigens schon mal, also nicht mir persönlich, der allen Leuten, die Baywatch Berlin hören, das empfohlen hat. Aber ich habe das Gefühl, er redet nur mit mir. Und er hat schon mal ein gutes Buch empfohlen, nämlich Zero 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 von Roberto Saviano. Ein ganz tolles Buch über die Mafia. Wenn man das gehört hat, weiß man plötzlich bei Narcos eigentlich schon vorher alles. Auch ein ziemlich gutes Buch, aber eher so eine Art Simarillion. Simarillion für die Mafia. Und am besten danach dann Narcos und Narcos Mexiko gucken und immer alles vorsagen, weil man schon die ganzen Leute kennt. Ich weiß nicht, wie lang das Video jetzt geworden ist. Wer überhaupt noch zuschaut, schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare. Es interessiert mich wirklich. Ich habe das Gefühl gehabt, wir sind im Laufe des Videos immer positiver geworden und jetzt völlig glücklich. Falls ich jemandem eine Anregung geben konnte, freut es mich. Lass es mich gern wissen. Ansonsten freuen wir uns auf die nächste Aufgabe von Videos, nach denen niemand gefragt hat. Aber ich mache sie trotzdem, weil ich einfach Bock drauf habe. Danke fürs Zuschauen. Macht's gut. Und Petri Heil. Warum ich das gesagt habe, weiß ich nicht.